Ich bin ehrlich mit euch, ich habe immer noch eine absolute Gänsehaut. Ich habe den Titel verloren, aber ich habe nicht deswegen die Gänsehaut, sondern ich habe die Gänsehaut, weil das letzte Match gegen Daniel Bryan um den Titel Booking-technisch das mit Abstand geilste Match war, das wir jemals hatten. Das hätte man spannender und geiler die Finish-Phase nicht booken können. Erster Diving Headbutt, dann der Ansatz zum Running Knee, der gekontert wird quasi in den Omega Driver. Dann will der Heal den Challenger mit seinem eigenen Move umbringen. Der kontert diesen, nur um dann sein auszupacken. Das war finnisch-technisch so dermaßen geil, dass es mich gerade in keinster Weise juckt, den Titel verloren zu haben. Denn jetzt, wenn alles gut geht, habe ich die Möglichkeit, meine Royal Rumble Storyline aufzubauen. Wenn 2K mich jetzt nicht abfuckt, geben sie mir jetzt eine Royal Rumble Storyline für WrestleMania. Ich bin halt ein Geld-High. Okay. Keine Ahnung, für was das für eine Trophäe sein mag, aber... Holy shit, das war so nah an der Perfektion einer Wrestling-Simulation, wie geil diese Finish-Phase war. Ich komme drauf nicht klar. Unfucking fassbar. Daniel Bryan ist neuer World-Champ und es ist mir scheißegal. Das ist so großartig. Und Randy Orton verteidigt gegen Daniel Bryan. Daniel Bryan wollte auch einmal wieder zweifacher, also Doppel-Champ werden. Okay, machen wir so. Unfassbar. Jetzt sind wir im Oktober. Wir haben noch 2 Monate. Bau mich für einen Rumble auf, Vicky. Moment mal. Es überrascht mich nicht, dass du die Championship verloren hast und ich es wahrscheinlich noch bereuen werde, biete ich dir diese Chance, den Titel zurückzuholen. Wenn du dich bereit dazu fühlst. Oh, Vicky, das hättest du nicht tun dürfen. Der nächste Fünf-Sterne-Klassiker. Ich gehe kaputt, Alter. Und der Rematch ist on! Ich komme nicht klar. Wie geil ist das denn jetzt? Das ist gerade in vieler Hinsicht so großartig. Oh, Daniel Bryan. Komm, jetzt hat Fünf-Sterne. Von Vier-Einhalb jetzt Fünf-Sterne, oder? Alles klar. Oh, wie großartig. Ach Gott, das ist so gut. Wie gesagt, das war für mich das Match. Diese Finish-Phase kriegt es für mich in persönlichen Fünf-Sterne. In einer Wrestling-Situation, dass so eine geile Phase drin ist, das hätte kein Mensch geiler bocken können, das Ende. Und das so out of nowhere. Ich wünsche... Oh Gott. Ich freue mich so hart, diese Kommentare zu lesen. Ich kann die natürlich erst an dem Tag jetzt lesen, wo ihr diese Folge jetzt guckt. Ich bin so hart gespannt, wie ihr diese Phase... Hoffentlich, ob ihr die gefeiert habt. Das war so gut. Das war in vielerlei Hinsicht einfach... Es muss so spannend zum Gucken gewesen sein. Ich meine, ich sehe es ja selber... Ich sehe es ja selber oft, wenn wir im Universe-Modus sind und da gibt es dann Matches wie Cabana Undertaker, wo der Cabana aus zwei Tombstones auskickt. Und ich nur denke, das ist so spannend zum Zugucken. So muss das... Wäre das im Universe-Modus passiert? Genau diese Phase als Finish. Ich wäre vollkommen kaputt gegangen. Hätte ich mich nicht auf mich konzentrieren müssen, sondern hätte ich mich auf das Match... Das wäre für mich so ein Highlight gewesen. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, was für das... Ich bin wirklich geflasht. Das passiert mir nicht häufig. Aber da bin ich jetzt echt total geflasht von. So, und ab zum Timekeeper. Oh, ja. Okay, Five, jetzt wird Daniel Bryan flüchten wollen und das wird er auch tun. Hallo, komm mal raus. Komm, guck mal hier. Komm. Ja, Anseige. Komm, komm. Komm schon. Ja. Der Champ ist eigentlich hier. Oh, der pusht sich aber auch rot. Der pusht sich aber auch rot. Aber der Wolf auch. Der Wolf auch. Komm, 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 komm. Nein. Zu langsam. Oh, oh, ich weiß genau, was jetzt kommt. Oh, das werden wir jetzt ver... Oh, das haben wir nicht ne... Oh, das haben wir lange nicht mehr gesehen. Oh. Okay, und Japanese Dropkick. Nein. 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 Yes. Nein, 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 Daniel. Nicht nochmal. Diesen Nervenkitzel brauchen wir. Was war das denn? Nicht nochmal. Nope. Ja. Komm, komm. Yes. Und da fliegt das. Oh Gott, ey. So eine geile Phase schon wieder. Nee, ohne Witz. Ich bin zu geflasht. Ich weiß nicht. Das werde ich mir bestimmt noch öfter angucken. Das fand ich so dermaßen gut. Komm, jetzt smack ihn kaputt. Den Daniel. So, können wir das besser machen? Ja, sagen wir besser machen. Schön war es nicht. Was macht eigentlich der Dreijährige da in der zweiten Reihe? Fuck PG. Aber ich bin ja auch PG geworden, von dem her. Verstehe ich natürlich. Ah, ihr kleinen Fatsen. Aber ich pack gerade, ey. Scheiße. Was ist los, hä? Was ist los? Ja, sowas ist gefährlich. Ja, genau deswegen. Schönes Suplex. Mann, der kriegt doch auch echt kacken viel Punkte für... Oh, oh. Und die MMA Airbots. Ich darf jetzt hier nicht zu viel... Also, zu viel aus dem Match rausholen, sonst verliere ich's. Wie die Club mitgeht, Mann. Und hier ist nur ein bisschen der Action. Wir haben ein paar Highlights hier. Let's check ihn aus. Hier ist Ihr Winner und still World Heavyweight Champion, Daniel Bryan. Absolutely amazing. Wir wussten wir, dass er hätte gewinnen, das ist heute. Ich meine, da ist absolut nicht so großartig, wie groß das Victory ist. Vielleicht das größte in his life. Ich meine, da ist nicht so großartig, wie großartig, wie großartig ist. Habe ich jetzt mal einen Meister in Brian Danielson gefunden, oder was? Nicht, dass das per se schlecht wäre. Ich meine, der einzig wahre Beste in der Welt. Ähm, ja gut. Wie soll ich's sagen? Zu viel rumgespielt, wa? Per se ist das... Für mich ja eigentlich immer noch okay, weil... Ich will mit dem Kack World Heavyweight Belt ja überhaupt nicht rumlaufen. Ich will, dass die mich jetzt für WrestleMania aufbauen. Ich meine, ich war jetzt World Champ, das muss dem Spiel doch reichen. Ich bin bei Raw. Reicht das dem Spiel denn nicht? Damit wir jetzt hier mal... Ne? Wir sammeln jetzt grad Survivor Series rum. Das heißt, es kommt jetzt noch Hell in a Cell. Oder? Ja. Und dann, äh... Ist Rumble und ich will am Rumble teilnehmen. Und dann will's hoffentlich so Qualifier-Matches geben, wo man dann, keine Ahnung, sich Startplatz 30 erkämpft oder so. Und dann, äh, bin ich... Alter, wie lang noch mit Corey hier? Und dann, äh, werde ich von WrestleMania aufgebaut. Und dann kann ich hier Feierabend machen. Das Blöde ist nur, dass das in meinen Augen realistisch ist. Inwieweit das das Spiel natürlich denkt, ist fraglich. Das kann ich jetzt natürlich so nicht, äh, sagen. Ich hoffe nur, dass das Spiel mir dann nicht dazwischen funkt. Denn wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht so Interesse, nochmal ein Jahr zu spielen, um zu WrestleMania zu kommen. Es kann natürlich auch sein, dass ich dann so eine Titelschance abseits von so einer großen Bühne wie WrestleMania krieg. Wäre aber jetzt nicht meine, meine Nummer 1 Option. Ich würde sie natürlich nehmen, aber, keine Ahnung, vielleicht ist es vom Spiel auch vorgesehen, dass man das nur bei WrestleMania gewinnen kann. Keine Ahnung, was weiß ich nicht. Ist mir auch scheißegal, müsst ihr mir in den Kommentaren auch nicht spoilern oder so. Ich würde ja dann doch ganz gerne noch so viel Spannung aus dem Spiel mitnehmen, wie geht. Und, äh, dann hat sich die Geschichte. So, mit Colin muss ich jetzt aber super schnell im Prozess machen. Nach, äh, der Geschichte hier. Ah, den. Da wird er natürlich ausgekriegt. Ich habe aber ein bisschen die Befürchtung, dass er... Manche Matches gehen so schnell, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sie mit einem... ...Finisher nicht, äh, beende. Und der Omega Driver wird zu 100% ein Finish geben. Ja, guck mal, der ist gerade mal gelb angeschlagen. Kann natürlich sein, dass das dann so noch nicht funktioniert. Und ich will auf jeden Fall, dass er mit dem Omega Driver ein Ende findet. Kann ich halt so nicht sagen, wie da das Spiel ist. Aber wenn Corey Graves aus dem Omega Driver auskickt, dann kann ich den nicht mehr ernst nehmen. Und das würde ich ganz gerne verhindern. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, geh auf den Kopf. Ah, ja, das müsste reichen. Das müsste tatsächlich reichen, weil... Ich denke mal, mit dem Finisher wird er dann schon rot werden. Hoffe ich. Ja, komm, Corey. Guck mal, da ist keine Stimmung. Man könnte auch sagen, ohne Titelmatch ist keine Stimmung in dem Spiel, aber... ...das ist ein anderes Thema. Können wir dich denn... Ah, das ist nie in den Rücken, ey. Das ist echt nicht schön, muss ich sagen. Was haben wir hier? Oh, oh! Yes! Oh, schöne Kombo. Oh, da guckt der Corey ja bestimmt blöd. So. Komm. Wie, was? Hallo? Corey, wir lassen dich jetzt hier... Du kriegst ein paar Sekunden noch, aber dann ist Schluss, gell? Ja, keine blöde Taktik von Corey, aber... Belly to Belly! Yes! Oh, das ist perfekt. Das ist so perfekt. Jetzt... Oh, ich habe sogar zwei Finisher. Aber ich denke mal, das ist der Omega Driver. Das Ganze hier beendet. Omega Driver! Der ist so tot, Mann. Ich liebe diesen Finisher. Tot! One, two... Two, three. That's what I'm talking about! Ich weiß nicht, ob das eine klug Entscheidung war, den Titel nicht zu gewinnen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es war keine Blöde und die bauen mich jetzt rechtzeitig für den großen Titel auf. Ich hoffe es wirklich. Klassiker gegen Corey Graves. Wer kennt ihn nicht? Ich bin nicht. Tja. Ein gutes Match. Und ist jetzt direkt wieder ein Pay-Per-View rum? Habe ich wieder nur ein Match pro Woche? Eigentlich immer so, wenn du keine Storyline hast, war? Ist Randy Orton nicht Face? Könnt ihr mir nicht eine Storyline geben? Gut, ich brauche nicht unbedingt Orton dabei, aber... Geil wäre es, wenn jetzt Daniel Bryan den großen Titel wieder gewinnt und ich dann eine Storyline gegen den hätte. Ach, TLC. Kommt nicht Helena Sell? Kommt die... Ach, ich check die rein. Gegen Kane. Ja, Glückwunsch. Also mein Traum-Szenario wäre jetzt eigentlich, ich gewinne den Royal Rumble. Daniel Bryan gewinnt den Titel von Randy Orton, zieht ihn durch bis WrestleMania und dann haben wir noch einmal das ultimative Match. Wolf gegen Daniel Bryan. Das wäre ein Traum. Ob da TLC mitspielt, das bezweifle ich.